Hier präsentieren wir die 5 besten 500 L Regentonnen im Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Amur Maya Terracotta. Das Regenfass Maya von Amur ist ein extrem einzigartiger Hingucker. Es zeichnet sich durch seine harmonische Form sowie den schönen Terracotta-Ton aus. Der Schwerpunkt ist der Deckel, der ebenfalls als Pflanzgefäß fungiert. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr ganz eigenes Aussehen zu entwickeln sowie den Wassergrad nach Ihrem Geschmack zu machen. Ob bunte Blumen, sattes Grün oder mediterrane Anziehungskraft, pflanzen Sie Ihre bevorzugten Pflanzen in die einzigartige Abdeckung und verleihen Ihrer Terrasse eine individuelle Note. Nummer 4. Tierra Garten Graf 500.214 Regentonne 510 Liter. Mit diesem riesigen Regenfass von Tierra Yard haben Sie einen zeitlosen, praktischen Behälter für die ansammelnden Regen. Sein dunkler, umweltfreundlicher Ton fügt sich harmonisch direkt in den Garten ein. Wo der Behälter nicht im Rampenlicht steht, genügt dieser einfache Behälter. Es enthält einen Deckel sowie Wasserhahn und ist in einem Schnappschuss eingerichtet. Der Behälter hat eine Größe von ca. 99 cm. Aufgrund seiner geringen Höhe von 109,5 cm ist er auch von oben bequem erreichbar. Da das Regenfass nur 12 Kilo auswertet, kann es schnell übertragen werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Graf Garantia Säulentank Steingrau 500 Liter. Dieser schöne Säulentank von Garantia strahlt zeitlose Schönheit aus. Es ähnelt einer griechischen Säule und verbessert ihren Außenbereich wie eine ehrenvolle Skulptur. Das Regenfass ist unglaublich stabil und langlebig. Das Einlassiegel DN19-32 ist im Lieferumfang enthalten. Ein Abflussrohrhahn oder eine universelle Rohrsammlung ist leicht zum Berühren des Wassers verfügbar. Beide Artikel sind als Zubehör erhältlich. Der Wasserhahn kann ohne Biegung montiert werden, da die Gewindeverbindung konventionell ausgebildet ist. Nummer 2. Beckmann FL 60 KG Regenfass Die Fasswand dieses wunderschönen Regenfasses von Beckmann ist aus Lärchenholz gebaut. Das heimische Nadelholz hat einen rötlich-braunen Ton, der sich allmählich verdunkelt und im Schatten leicht grau wird. Robust und auch wetterfest ist es optimal für den Außeneinsatz und erfordert auch nicht mit Holzchemikalien behandelt werden. Die Streifen sind jeweils 4,7 cm breit und 1,8 cm dick und durch zwei von außen unsichtbare Seils miteinander verbunden. Das Regenfass ist mit einem strapazierfähigen, schadstofffreien Film in Trinkwasser-Top-Qualität gesäumt. Passende Abdeckungen sind unabhängig voneinander erhältlich. Und die Nummer 1 unserer Liste, 3P-Technik-Filtersysteme Burgund. Man muss sehr genau hinschauen, um das wunderschöne weinroute Regenfass von 3P-Technik-Filtersysteme von einem alten Glasweinfass zu unterscheiden. Das heimlich-reale Imitationsholz wird durch seine original getreu nachgebildeten Armaturen definiert. Der edle, dunkelbraune Ton lässt den modernen Mülleimer aus hochwertigen Polyethylen wie ein Antiquitätenhändler aussehen. Es passt perfekt in charakteristisch gemachte Gärten. Mit seinem rustikalen Charme schafft er einen auffälligen Vergleich zum modernen Design für mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.